Was haben wir denn da alles? Wow! Was war denn das denn gerade? Okay, Stadtportal. Schwung! Ich kann nicht noch mehr tragen. Wieso denn nicht? Weg da. Vielleicht sind die auch gut. Doch nicht, so scheiße. Okay, jawohl. Okay. Leck mich doch. So, jetzt bist du aber schlitzig rausgekommen, was man freut. Ich bin überladen. Das Spiel macht eh relativ echt viel Spaß, muss ich mal sagen. Wo ich selbst doch überhaupt durch Mini-Diablo gespielt habe. Huch, da mal ein Deichnamen. Okay, dann gehen wir mal hier lang. Was haben wir denn da? Oh, la la la. Ja. Okay. Wow. ich kann nicht nur mehr tragen blauen kreaturen dort ist relativ ich bin überladen ich will lieber den hier und lieber den schild ach scheiße naja der ist extrem schwach dornkräume doch ja scheiße ich kann nicht noch mehr tragen worte die blauen items die würde ich gern was soll der jetzt verkaufen 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 hallo schön euch zu hallo naja egal 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 dann gehe ich nicht kiste so holla holla aha level 2 da höre ich noch was habe ich die höhe schon dann erforscht komplett glaube ich aber eher nicht ja ja da sehe ich oder da rechts habe ich zum beispiel nicht dass wir hier warte wieder kurz ausdauer noch füllen aha okay merke ich mir hola 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 boah wie viele Wege gibt es denn hier um zu erkunden ist ja ein richtiger Erkundungsspiel das hier ist ja und Fackel so so und stirb aha okay da hat wow hallo mein Schoß wie geht es dir du bist tot schade okay wieder Gold etwas äh okay wieder Gold etwas oh ach mein kein Wunder ach mein ja die 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 wandern sehr gut einen neuen Hut leider nehmen ich ja schwer das das kann man ihm einen Hut verkaufen wow 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 Alter wie viele sind da noch der richtige hier ein schlüssel anzahl 33 schlüssel oder was soll das heißt bevor ich jetzt dahin gehe wieder zurück oder ja ja der muss hier lang weil da ist noch amana regenerationsstatue wie schnell benutzen so perfekt jeder relativ echt gut voran hier habe ich so schneller geht ok hallo Ach komm, jetzt haben wir wieder noch neun Gold. Auch etwas. Ich klicke da mit meinem linken Mauszeiger wie ein Berserker, sage ich nur. Alter, wie groß ist die Höhle? Kann das nicht quasi sein hier. Aha, der Edelstein. Aha, wieder ein neuer Ausgang. Zur Dunkelwald, ja perfekt. Okay, Moment. Moment. Moment.